Reflex, ein schwer entflammbarer, halbtransparenter Tagesvorhang in Köperbindung. 100% schwer entflammbares Trevira CS. Dieser Tagesvorhang ist relativ transparent. Schön weich und flauschig im Griff. Waschen Sie diesen halbtransparenten, schwer entflammbaren Tagesvorhang bei 30 Grad im Schonwaschgang. Dieser weiche Vorhang fällt schön fliessend in die Falten. Durch die Köperbindung ist die Oberfläche dieses Vorhangs schön matt. Deshalb empfehlen wir Ihnen, diesen Vorhang mit matten Oberflächen zu kombinieren, wie zum Beispiel geölte Paketböden. In diesen zwei Videos zeigen wir Ihnen noch andere, halbtransparente, schwer entflammbare Vorhangsstoffe.